Hey Alecron, zu einer weiteren Runde Happy Meals heute mit den meistgespielten Leveln von dieser Thulen Woche. Und wir fangen an mit diesem Level. Stickman Pogo Fight. Wow. Das machen sie mittlerweile gar nicht mehr oft. Und sogar mit Nunchucks. Äh. Oh nein. Hä, was geht denn mit ihm ab? Vor allem, warum hänge ich hier fest? Ja, geil. Dann direkt im nächsten festhängen. Nice. Ich habe ein Schwert. Boah. Ten Kami haben ja auch gemacht. Äh. Freeze. Ah, ach so. Ah, cool. Das ist eine coole Idee. Und ein Boss. Was geht denn mit ihm ab? Nein. Oh. Nee, 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 nee. Oh, nee, komm nicht zurück zu mir. Okay, gut. Ich dachte schon, er bewegt sich weiter. Das war... Das habe ich noch nie gesehen. Das habe ich wirklich noch nie gesehen, dass einer so einen krassen Boss da rein editiert hat. Boah, auf jeden Fall schon heftig. Sechs verplänen. Please rent. Ja. Ach so, oh, boah. Gut, dass es mir direkt so früh am Part einfällt, wo noch viele Zuschauer da sind. Und es kann sein, dass ich, äh, am 26., also morgen, eure Hilfe auf Twitter brauche. Ähm, das hat was mit dem Internet zu tun. Es kann sein, dass ich irgendwann mal was zum Internet tweete. Das kann was Positives sein. Das kann was Negatives sein. Es könnte aber auch etwas, äh, Neutrales sein. Also, beziehungsweise gar nichts. Einfach dann abwarten. Es kann am 27. kommen. Aber ab dem 26. könnte da etwas schief laufen. Und dann könnte es auch einfach mal sein, dass gar keine Videos mehr kommen, ne? Ja. Das wollte ich nur mal eben erwähnt haben, dass da viele vielleicht aufpassen und mir dann gegebenenfalls helfen. Denn, falls ich ein bisschen Stolz machen will bei Twitter, wäre es gut, wenn da noch mehr mitmachen würden, als ohnehin schon. Gut. Dann gehen wir bei Gero Matzing rein. Gero Matzing, 1, 2, 3. The Dungeon. This is only a test. I have to oppose it. Okay, egal. Hä? The Dungeon. Grab the Katana to start. Ja, scheiße gelaufen, ne? Nein. Hä? Ja, wie halte ich... Nein, nein, nein. Boah, das ist dumm. Das war richtig schlecht. Geh mal einfach. Hä? Ich hab doch gar nicht getroffen. Wie? Ja, geil. Geile Sache. Hä? Das hängt einfach darum fest. Sag mal, so behindert kann auch kein Mensch sein. Junge, nein. Ja. Jetzt es... Jetzt kommen da noch mehr, oder was? Ey, das ist ja ultra geil. Was ist das denn für ein Level? Okay. Er ist tot. War es das? Ah, ich glaube, das war's. Aber das Grundprinzip ist ja richtig geil. Ja, das war's. Ja, okay. Stimmt, hab ich ja vorgelesen, dass da nur zwei kommen. Skateboarding tricks. Ah! It's base. To... Was? Was? Ah ja. Okay. Nur Skrip. Hä? Ach so. Ich kann auch nach vorne drücken. Up to go. Ach so, up. Okay. Ich war ein bisschen doof. Hui. Nali. Was? Hä? Oh. Wasser. Okay. Gibt's da für einen Namen, wenn man sich zehnmal in der Luft dreht? Ich denke schon, ne? Kann man ja bestimmt machen. Malik. Rope Swing 2. Nach oben halten. Ah. Ah. Was ist das denn für ein Rope Swing? Was ist... Was geht denn ab? Oh. Ui. Oh, ich hab so viel Spaß im Leben. Und ich bin tot. Nice. Danke, Obama. Danke. Na? Fall hier lang. Zack. Geil. Nein. Nein, 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 nein. Okay. Es kommt zurück. Ich werd's noch schaffen. Oh, das war sogar voll knapp. Oh, Mann. Hätte man das nicht für den Part schaffen können, dann wäre der Part wenigstens cool geworden. und ich so scheiße... Oh. Hey. Hätte ich denn hier gelandet? Ende. Geil. Danke. Ich lande da auf so... So, so Wolle. Sanfte Wolle. Und trotzdem sterbe ich. Geil. Richtig geil. Ich mag das auch. Ich hab nen Sterbfetisch. Oh. Nee. Das hat was Klos, ey. Okay. Ich lass mich hier ganz langsam runterfallen und kann mich dann... Okay, noch nicht. Okay. Surprise. First Fall. Ja. Ja. Schön. Oh, ups. So. Harpoon run. Mit best Milizator. Oh, 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 oh. Oh, nee. Oh, nee. First Try. Und ich hab's sogar überlebt. Und dabei Timmy noch gekillt. Das sieht schön aus. One Rope Swing. Schon wieder? Na, besser als die Pogo Level. Obwohl das erste echt geil war. Hä? Ja, genau. Was ist das denn? Okay, nice. Erstmal den Arm wieder ab. Gesäbelt. Könntest du bitte da reingehen? Oh, man. Komm schon. Ja, geil. Geil. Nice. Hui. Ja. Perfekt. Oh, ich hab übrigens meinen Varro3-Partner veröffentlicht. Zwar auf Twitter. Wird's gedacht. Ich werde Varro3 mit Dario zusammen angehen. Mit Delay LP. MLG Pro. Wird bestimmt lustig. Hä? Hä? Was ist das denn? Achso. Haha. Smokeweed everyday. Oh nein. Achso, es wird einfach dadurch gekennzeichnet. Okay, kein Problem für mich. Ich bin ein MLG Pro. Oder passt das? Oh. Alter. Geht aber schon schnell. Ich hab's geschafft. Swag. Doritos. Seid ihr vor Plagen. MLG Pro. Das muss auch echt so gute Werbung für Doritos gewesen sein. Diese ganze MLG Kultur. Spike Fall. Okay. Mach gar nichts. Das reicht schon. Ich hab's geschafft, ne? Nee, doch nicht. Schade. Wird das sein können. Jetzt aber, oder? Geil. Perfekt. Mann, das war der beste Versuch. Komm, ja. Nice. In vier Sekunden wird's von mir auch anders erwartet. Und GTA San Andreas. Hä? Hä? What's based to start? Oh, cool. Oh, Mann. Also, keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht auch wieder so ein Kindheitsding. Aber so jung war ich da auch nicht. Vielleicht 15 oder so. Ähm. Man fühlt sich hier direkt wie zu Hause. In dieser, in diesem Ort. Wenn man das Spiel gespielt hat. Ich weiß doch, das war cool. Ich glaube, ich hatte Ferien, als ich das gespielt habe. Ähm. Ich hatte meinen PC an meinem Bett angeschlossen. Sodass ich wirklich mich gar nicht mehr bewegen musste. War ziemlich geil. Und. Ich hab das totgesuchtet. Ich hab das richtig totgesuchtet. Boah, wie viel Spaß es gemacht hat. Ach ja. Äh. Also, die Story von GTA 5 war natürlich nett. Aber. Keine Ahnung. Irgendwie. Ich. Das Geile ist. Ich erinnere mich nicht mal an die Story von dem Teil. Irgendwie war es einfach geiler. Kein Plan. Kann ich nicht begründen. Save. The Timmy. Oh. Okay. Die Aufgabe ist es. Den kleinen Fratz zu retten. Und. Das einfach mal wieder in meinen Arsch rein zu jagen. Ja, vielen Dank. Geil. Find ich ziemlich nett. Impossible. Forever. Forever young. And I wanna be forever young. I think this level is impossible for many people. But if you can do it. You are the best. Around. Never gonna stop the heater. Haha. Hallo. Ah, ich bin dran vorbei. Nice. Wie hab ich... Warum bin ich da gerade hochgeflogen? Wow. Okay. Geil. Das war richtig angenehm. War nicht sehr süß. Aber schön, dass mal einer hier unten... ... ... ...hings hingepackt hat. Hä? War da nicht so ein Meteor-Ding? Versteh das nicht. Ja. Geil. Und? Geil mich das? Ne, noch nicht, weil der Meteorit schafft es. Der Meteor-Rit. Meteor-Rit. Krass. Nur eine Harpune. Ist ja nur eine Harpune. Richtig? Lol. Ja. War kein Problem. Falsch. Na, waren 20 oder so. In einer. Machete, Trovi, zwei. Geil. Äh. 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 Hä? Wie soll ich... Hä? Hä? Achso. Da steht es doch dran, man. Guck dich doch mal um, Manuel L. Jackson. Guck dann. Geil. Woll ich gar nicht. Oh. Ups. Nice. Nein. Einer fehlt. Und zwar der Weihnachtsmann. Ist eigentlich gar nicht so schlimm. Hab ich den Weihnachtsmarkt gerettet. Multi-Car. Was ist das denn? Oh. Oh, ja. Hui. So viel Spaß hab ich immer im Leben. Uuuh. Oh. Uuuh. Geil. Äh. Äh. Fliege haben wir weiter. Okay. Äh. Kann man das schaffen? Das... Die Geräusche sind aber ultra geil. Muss man schon sagen. Okay. Lustig, wie ich einfach rückwärts lang fahre. Cool. Ich sterbe. Aber noch lebe ich, glaube ich. Ja. Nice. Ja. Ich schaff das vielleicht noch. Oh. Oh. Ich drück schon gegen. Ja. Hab's geschafft. Nice. Also, dass er das überlebt hat. Ein kleines Wunder. Robeswing. Okay. Das letzte Level für heute. Würde ich schon mal sagen. Bewertet im Part. Bei elf Likes. Lösche ich meinen Kanal. Ja. Und das war's dann, ne? Tschüss. Weil ich hab keine Videos mehr. Schon okay. Okay. Schön gerade rein. Da knurrt mein Magen. Geil. Ich hoffe, das hat man gehört. Hä? Oh. Wo bin ich denn hier gelandet? Oh. Ja, gut. Dann bis zum nächsten Part. Bis dann, Leute. Tschüss. 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 Tschüss.